hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play ender in der letzten folge da sind wir in diese ruine hinein gestolpert und haben gegen so einige verlorene gekämpft eigentlich sind mit der hoffnung reingegangen dass wir vielleicht ein ja eine möglichkeit finden zu diesem ort zu kommen wo wir möglicherweise diesen würfel finden den wir aber nicht so hier ist übrigens der falle feuerfalle wenn sie nur hier drin und gucken wie weit wir kommen das ist so ein scheiß fehler wie könnte ich den verfehlen das immer machen ich habe schon keine ausdauer mehr jetzt brenne ich ich glaube ich muss meinen meinen das könnte ich jetzt mal machen so sie haben wir so sie haben wir so 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 macht er denn da unten so 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 danke mein freund das war das falsche so 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 Ich Juck die nicht Massive truhe Kann ich eigentlich alles mitnehmen Du bist eine sehr hässliche Kreatur weißt du das Aber trotzdem vielen Dank Da geht's dann weiter Dann geht's dann auch weiter Aber in eine völlig andere Richtung Kommen wir wirklich an den Ort wo ich vielleicht hin will Das wäre echt krass Da ist er weg Ich muss jetzt auf jeden Fall acht Mich in acht nehmen vor irgendwelchen Fallen Die scheinen jetzt wirklich vermehrt aufzutreten Ich muss ruhig das Handwerk Vielleicht das Schlösserknecken ist noch ein bisschen besser lernen Könnten wir jetzt rausgehen Wuchser eines Abenteuers Ja Torschüss Hm Er hat anscheinend nicht so viel Glück Seinen Abenteuern Hier bin wir jetzt hochgekommen wahrscheinlich oder Ja Jo 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 Okay, gehen wir eben da weiter. Vielleicht kommen wir jetzt sogar dort jetzt raus, wo wir raus wollen. Nach Golden Forst. Vielleicht sind wir durch die ganze Bergkette jetzt gelatscht, ich weiß es nicht. Wir werden es gleich erfahren. Sieht auf jeden Fall jetzt nicht so aus, als würden wir in eine weitere Höhle gehen. Wo sind wir? Wir sind wohl ganz anders. Toll. Wir sind einfach mal quer hier rum gelatscht. Ich glaube, uns bleibt nicht viel anders übrig, als hier außen rum zu latschen. Aber hier gibt es ja auch keinen Weg hoch. Das ist ja irgendwie immer das... Das ist ja irgendwie das Dumme. Was ist denn das da unten? Ist das so ein Teil, was man sammeln kann? Ich glaube schon. Wie komme ich hier zur Hölle runter? Wie komme ich hier zur Hölle runter? Wie komme ich hier zur Hölle runter? Wie komme ich hier raus? Was hätte denn das alles konstruiert, frage ich mich. Ich ändere hier Untergarantie gleich für angegriffen. Das ist doch fast hundertprozentig sicher. Was ist das da? Müllende. Super. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt im Ding rein will. Wo genau war das Teil? Wann gerade dort? Das muss also da irgendwo sein. Ich weiß ja nicht, wie wir da hinten jetzt hinkommen sollen. Ich bin ein bisschen ratlos, wie wir da hinkommen sollen. Ich reite einfach mal ein bisschen weiter hier runter. Vielleicht kommen wir hier da hinten rum und dann... Ich weiß nicht. Vielleicht funktioniert das. Okay. Okay. Bleib hier. Weißt du, was ich ein bisschen vermisse? Diese Pflanzen, die es ganz am Anfang vom Spiel gab, die deine Lebensenergie wieder gehalten haben. Die haben wir seit dem Anfangsgebiet... Toll, deswegen bin ich angehalten. Oh, deswegen. Seitdem haben wir die nie wieder gehabt. Vorschlüsse, ne? Ich weiß nicht. Ich bin gar nicht angestiegen. 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 Ich triff die Säcke ja auch nie. Fest und Golden Force entdeckt. Aha. Das sieht schon nicht geil aus. Ich weiß nicht, ob ich... Ich fühle mich wieder wie nah ran will, um mich mit seinen Bogen zu beschießen. Ist ja schon ein bisschen dumm. Will ich jetzt in fest und goldenen Wacht rein? Äh, goldenen Forst. Will ich lieber weiter gehen. Ich meine, es ist schon ein geiles Gebäude. Und vor allem dieser Brückenbogen sieht ja auch sehr geil aus. Aber trotzdem... Ich weiß nicht... Das wird uns bestimmt ewig... ...noch anhängen. Und ich kann echt nicht alles zeigen in diesem Spiel. Sonst so, das ist Let's Play. Noch Jahre. Ich frage mich, wann wir endlich dort ankommen. Vor allem, ich habe auch keine Ahnung, ob wir so auch richtig gehen. Oh... Den habe ich wenig erwartet Oh der ist hart, der ist hart man Junge, Junge, Junge Hallo Och warum will er denn jetzt Warum will er die Magie jetzt nicht ausführen Ich muss das gerade so heftig auf diese Maus bashen Aber der mal reagiert hat Warte mal, ich guck mir das erstmal hier an Da geht's dann in Da geht's dann da lang Okay, da will ich definitiv nicht weiter Ich will in diese Richtung Hab nicht mal getroffen Ach, hm Ich habe viel Mediation habe ich noch aktiviert Wtf Ein Hirsch Der am Hirsch Tut mir leid Den konnte ich nichts tun Hm Wo ist denn dieses Teil, was 2 wiegt hier Rein kommen Das Teil ist da oben Das Teil ist da oben Arsche zu Arsche Hm Keine Ahnung, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Aber ich weiß es wirklich nicht. Wir laufen auf jeden Fall da jetzt da zur Küste. Da ist schon wieder ein Feind. Und ich würde sagen, gegen den machen wir uns dann in der nächsten Folge auf. Ja, bis dahin bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag. Bis dahin, ciao.